Guten Tag, mein Name ist Pavel Denninger. Ich arbeite für die Deutsche Telekom. Ich bin hier mitten in Berlin, und zwar mitten im Zentrum von ehemals West-Berlin. Man kann hinter mir vielleicht erkennen, ne? Das ist die Geldeckniskirche. Und hier ist ein Flagship-Store. Und davor steht so ein Buddy-Bär. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Die sind sehr rar mittlerweile geworden. Die sind sehr besonders. Wir als Deutsche Telekom haben uns den angeschafft. Der steht da, ist eines der meistfotografiertesten Objekte hier überhaupt auf dem Kula. Und der Laden ist richtig voll. Ich habe mir das gerade mal angeguckt. Und dieser Buddy-Bär ist natürlich echt spannend, weil, ey, der was verkörpert besser Berlin als ein Bär. Untertitelung des ZDF für funk, 2017